So, jetzt habt ihr schon fast alles geschafft. Damit ihr jetzt auch offiziell zertifizierte KurserstellerInnen werdet, ist nur noch ein kleiner Schritt notwendig. Ein persönliches Gespräch mit uns, wo wir uns über euer MOOC-Vorhaben austauschen. Sobald ihr also eine konkrete Idee für die Umsetzung eines MOOCs habt, meldet euch bei uns, damit wir hier die ersten Schritte einleiten können. Herzlichen Glückwunsch! Jetzt seid ihr offiziell zertifizierte KurserstellerInnen auf iMOOCs. Wir hoffen, der MOOC Maker MOOC hat euch gefallen und ihr habt dadurch genug Inspiration für euren eigenen MOOC gefunden. Jetzt bleibt von unserer Seite nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank für das Dabeisein und Happy MOOC MAKING! KurserstellerInnen